ich habe 5 3 4 auch in ordnung baut eine staats-ehe mit russland in moskau existiert eigentlich noch gerade existiert immer noch was zur hölle ist falsch bei euch ja mit einer provinz ja aber es existiert noch mein und rieger das ist halt so bitter dieses rieger ich habe noch nie so ein großes hier glaube ich glaube ich meine schrumpfen so abstrus so wie das überhaupt missionstechnisch aus was habe ich denn noch alles ja geballt geballter werde ich wohl nicht erobern irgendwann mal kaiserreich bin ich leider noch nicht frankreich ist auch schwierig das geht überhaupt nicht weil ich dazu alles geballt geballter braucht unterwerft frankreich was brauche ich denn dafür alles aber nur den norden denn zum teil zu österreich gehöre ne moment ich brauche im prinzip auf ich glaube vieles davon werde ich nicht bekommen wollen hat einfach spanien im weg ist was sie ändern na ich krieg ich hab gerade korsika den krieg erklärt das ist ok wo auch immer du willst du machst hier moskau starten den krieg erklären stört dich doch gar nicht gut vielleicht nicht allen aber naja das wäre jetzt schon ein bisschen gewagt so österreich starten wie sieht es aus starten 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 dann mal kredit noch tilgen das wäre schön schön aber dafür müsste ich erst mal geld haben ja gut so langsam sind die jetzt hoffentlich mal groß genug dass sie das verteidigt bekommen ich bin langsam traurig ich bin langsam traurig statt einem jahr egal dann halt nicht so viel von der neuen welt dann könnte ich mir halt einfach skandinavien ich habe mir tatsächlich zwischenzeitlich irgendwann mal sorgen gemacht dass der finio tatsächlich ein problem für mich wird aber ja ja wenn ich nicht bankrott gegangen wäre hätte das alles aussehen können du hattest über 6000 schulden ja nicht auf einmal ja nicht auf einmal aber nach und nach junge lass dich kommen wenn da erstmal drin ist in der spirale kommt man da nicht mehr raus ja was gehst du da auch überhaupt rein das macht man nicht grundlos die dreht sich so schön heftig heptliche nationalisten was passiert da ok wo es vorkommt ja lief schon mal besser mit dänemark muss ich sagen aber kann ja nicht immer gut laufen was passiert überhaupt immer der host aus dem host schluckt also geht das spiel dann weiter geht schon weiter ok ich schaue nicht immer so ne ich kann den grad nehmen wow die indianer allianz hat 147.000 infanterieeinheiten 60.000 reiter und 40.000 kanonen läuft die greifen wir vielleicht mal nicht an gerade jetzt muss mein muss mein kolonialer zu mal alleine klarkommen ich weiß das ist viel verlangt ich habe auch immer noch keine rekrutenreserve hm 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 ich sollte vielleicht mal die gegend erkunden aber das kostet wieder rekrutenreserve habe ich ja nicht also mittlerweile geht stufe 3 nicht mehr ja ist zu viel los und hier ist aber wieder minimal zu langsam leider ok polen scheint zu gewinnen interessant ist auf jeden fall interessant ein religionskrieg aber frankreich ist halt echt nicht dabei ne komisch sonst sieht auch immer auf ja gut 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 frankreich ist auch immer noch katholisch das ist komplett verrückt und das geht es nicht so gut glaube ich was geht nicht so gut frankreich geht es nicht so gut glaube ich ach es ist frankreich es gewinnt doch den krieg aus westerin ja ja frankreich hat 90.000 gruppen junge und 98.000 krutenreserve ja ich bitte dich da ist da wird besser sein da ist alles im rot roten bereich junge und es dauert noch ein paar jährchen machen wir hier rumsteige schiffe verbessern oh moskau ähm ach riga hat schon wieder den krieg erklärt und eine provinz eingenommen nun wild dieses riga ist wild ich könnte moskau ein bündnis anbieten aber will ich das ich muss sagen ich bin ganz froh dass ich nur mit spanien verbündet bin so richtig lange du bei mir im bündnis bist glaube ich traut sich und ich fange richtig anzugreifen ja das ist das eine und das andere ist halt du bist keine ki die einen sehr merkwürdigen kriegen ruft die man kaum gewinnen kann völlig aus heiterem himmel und staatsen schützen ja auch relativ gut vor angriffen äh äh warte soviel zur k.i. protestantische liga oh oh religionskrieg oh oh jetzt gehts jetzt ist uff uff naja ich hab damit nichts zu tun achsen ist mit oh gott muss ich jetzt das bündnis auflösen mit der österreich du kannst doch mitmachen gegen wen kämpfen die alle ähm ja alter ich kann muss gegen sosmarschreich und polnitern kombination kämpfen ich glaub das ist selbst für mich zu viel ja aber moskau ist auch auf eurer seite und rieger ja vergesst rieger nicht es ist erstaunlich groß rieger ja oh gott ich hoffe ich überlebt das machst mit ja ich kenne auch seit nösterreichs oh viel glück ach großbritannien wurde nicht gefragt wie wie oder machst du nicht mit nö ich bin ja nicht mit österreich verbündet und ich war auch nicht in irgendeiner liga von daher oh ich schau zu ich bin ja eh schon an ja angelikanisch also polnitern ist auf jeden fall geschwächt weil die karten gegen moskau schon mal gekämpft haben allerdings ist moskau genauso geschwächt geschwächt das war recht ausgeglichen zwischen den beiden gerade alter die flotte vor den osmanen der osmanen der osmanen ist weiter das wird schon lustig rieger no god möchte den militärzugang ich lehne mal ab ich helfe mal indem ich no god kein militärzugang geben der schlimmste fein ja ja es existiert noch auch bei mir können alle durchfahren laufen meinst du wohl fahren können sie so oder so naja laufen weiß ich nicht also ich bin der insel also ich weiß nicht wo man dahin laufen sollte du hast doch diese brücken diese roten ja aber wenn du das nicht erlaubst was du verstehst es bringt ja nur was wenn du das auch erlauben würdest dass sie ja durch dürfen ja durchfahren können sie setzen sie ja bei mir fest die können ja bei mir anlanden und dann können wir ein bisschen karten spielen dann können sie wieder nach hause fahren dann können sie wieder nach hause fahren ich habe das osmanische flagschiff versenkt glückwunsch wieso bist du in zwei kriegen ach so du bist du immer noch in einem anderen krieg ja vielleicht solltest du den mal beenden so also ja friesland ist dort noch das ist ja lustig mir ist es aufgefallen wiesland in südamerika ja die sind auch in nordamerika ja die sind auch in nordamerika oh aber die sind im krieg gegen neuspan also stimmt ja darum ist mir das gerade aufgefallen ja da guck dir mal in norwegen unten wie ist das norwegen das ist auch norwegen ja doch norwegen ist ganz schön gewachsen du ja 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 das ist im norden von südamerika ach da ja ja man muss das beste draus machen ne ja war schon nett von mir in diese eine provinz zu überlassen so völlig sagt jetzt sagt sich norwegen auch also die von spanien irgendwann zerdrückt oder ja denke ich auch aber ich wollte halt nicht den stress da mit dieser einen provinz da unten das ist ja das ist es halt nicht verstehen ja und du hast ja auch so ganz norwegen also quasi ja ich finde es super dass wir alle für sachsen kämpfen ihr kämpft alle für sachsen ja 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 was ist denn jetzt mit meinem spiel alter was ist jetzt los ja das glaube ich auch gefragt so ja 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 er hat gerade friedsverträger aber für deinigen Es hält viel los, ne? Großer Krieg. Ist alles klar. Schade, dass Frankreich nicht mitmacht. Ja, wenn Frankreich mitmachen würde, wäre es noch spannender. Hängt auf der Seite ab. Also ich glaube, wenn das auf katholischer Seite wäre, auf der anderen Seite von Spanien, dann hätte Spanien auch, glaube ich, nicht mitgemacht. Habe ich das Gefühl? Das glaube ich auch, ja. Das ist mein Transportflug da eigentlich. Aber das wäre lustig gewesen. Das wäre selbst nicht gewesen. Aber so ist es auch lustig. Mal gucken, wer gewinnt. Ist schon ein großer Krieg, du. Hören wir mal gegen die Osmanen. Endlich mal ein bisschen Action. Oh, ich glaube, wir müssen Magdalien gleich zurückzahlen. Auch schön. Toll. Oh, wow. Performance lässt gerade so ein bisschen zu wünschen übrig. Es hält sich stabil auf zwei. Ja, das hilft halt nix, wenn alles andere für'n Arsch ist. Ich habe meine Insel. Mir ist egal. Vielleicht soll ich dir einfach die Kriegerklänte der Insel wegnehmen. Das kannst du machen, wenn die KI das spielt. Also beim nächsten Mal. So, meine Stacks sind immer noch nicht wieder aufgefüllt. Ich glaube, wir gewinnen langsam schon. Wie viel kriegst du denn da noch? Na gut, wir haben ja noch ein paar. Sachsen hat minus 18. Hä? Die haben plus 19. Sachsen? Steht bei mir minus 18, wenn ich auf das Klinchen gehe. Minus 17 steht bei mir auch. Ah, Moment. Du kämpfst gegen Sachsen. Achso. Sag das doch. Weil es irgendwie... Naja, bei ihm steht plus 17 natürlich. Voll die Seite gewinnt. Alter. Frankfurt ist jetzt auch raus bei uns. Perfekt. Keine Freiheitsschläden mehr. No, oh Gott. Ah, okay. Das ist ja eine Zwergstadt. Aufgewahrt ist schon übel. Alter, Österreich hat 103 Truppen. Äh, okay. So gut. Denen mal, gib mir mal all dein Geld. Ach, da ist die Osmanische. Ich hab' nicht so viel. Oh, wow. Also jetzt... Oh, wow. Meine... Ich kann nicht mal meiner scheiß Nation helfen, weil... Das ist ja... Das ist ja... Fick... Riesige... Ich kann ja auch nicht was... Und ich schenke dir ein bisschen was. 190. Ich komm nie und nimmer auf 190. Was zur Hölle? Ach, das ist doch nicht wahr. Wie un... Ey. Ich hab' das alles mühselig erobert und diese Vollidioten bekommen, es nicht hin, das zu halten. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Wie scheiße inkompetent sind denn meine Kombinationen? Jetzt muss ich alles nochmal erobern. Äh, ach, jetzt sind auch noch Rebellen, wo ich drille, ne? Natürlich, wo ich... Sollten langsam wirklich mal Schluss machen, ne? Das war doch der Scheiße hier. Hier liegt's nicht. Diese voll inkompetent. Mir ist keinem aufhört. Ich weiß nicht, wie lange Spanien noch machen will. Ach, ich glaube, dass ich den Krieg noch zu Ende... Jetzt mal... Ja, gerade wird Polen überrannt. Er macht den Krieg noch zu Ende, okay. Das kann er noch dabei. Das ist doch nicht wahr. Jetzt muss ich die ganze Scheiße da oben wieder oberen, weil sie scheißselten dämlichen... Ja gut, die hatten aber auch viele Gegner, ne? Muss man auch sagen. Ja, ich hätte ihnen ja geholfen, aber ich hab' gerade keine Rekrutengeserve. Ah, fick dich doch. Super, dann habe ich noch drei Kohlenisten und kann sie nirgendswohin schicken und jetzt stehe ich dieses stehende Spiel die ganze Zeit. Ach. Ich muss dann mal aufräumen. Hätte ich gewusst, dass die Indianer so einfach sind, hätte ich das schon früher gemacht. Ach, Alter. Dieses Spiel stehen. Lüberg, jetzt wird grad Stettin ist auch raus aus dem Krieg. Stettin? Also, ja, das sind nur diese ganzen... Aber das sind nur die kleinen, ne? Dortmund ist es auch raus. Du musst dir auch... Ein aber, uhu. Kleinvieh macht auch Mist. Ja, macht es auch sehr schwer, halt wirklich, weil die alle eben so 5.000 bis 10.000 haben mit ihrer einen Provinz, na? Ja. Deppert sich. Muss ich noch mal üben mit den Kulinärn Nationen. Was? Norwegen? Achso, Norwegen hat sie auch der Kulinärn Nationen angeschlossen. Koalition gegen mich? Ich glaube es ja nicht. Brandenburg ist auch ein bisschen verschoben, ne? Brandenburg? Alter, diese stehen da schön. Wieso? Mecklenburg ist da raus. Ich weiß nicht, was du willst. Das gehört doch alles. Ja, das ist nichts. Passt doch. Das passt schon. Das ist relativ akkurat tatsächlich. Ja, aber nicht Brandenburg. Da müsste Pommeln stehen. Ne, da müsste Preußen stehen. Ja, oder Preußen. Ja, aber Brandenburg, wir können ja, können die jetzt schon zu Preußen? Ich finde diese Kackländer nicht. Tyrone da, noch stelle ich mal da drauf, damit mal hier. Ha! Guck mal, die Flotte mal vergrüßen. Also wenn Riga noch ein bisschen größer wird, sprich vielleicht wirklich Riga. Mal gucken. Ja, ganz wütend. Du kannst das. �